So, da bin ich auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, zack, 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 sammle verschiedene IO-Tech-Waffen auf. Ich habe es gerade gesehen, die Aufgabe muss man noch nicht mal selber machen. Nämlich, ich habe gerade die Aufnahme gemacht mit den Slurftessern, aber selbst wenn die Teammates die Waffe aufheben, zählt diese schon. Also ganz simpel, bewegt euch in die Gruppenkeile, macht Kisten auf, was ist damit genau gemeint mit den neuen Waffen. Ganz, warte mal, hier die, ne, ist keine neue. Ihr müsst einfach eine, also beziehungsweise nicht eine, sondern alle drei neuen Waffen einmal aufheben und schon habt ihr die Aufgabe abgeschlossen. Das ist halt ganz einfach damit gemeint. Hebt einfach die neuen Waffen auf und wo könnt ihr die Waffen finden? Ganz simpel, die sind in Kisten drin. Jetzt gucke ich mal gerade, vielleicht haben wir Glück und hier oben ist die andere drin. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, welche Waffe der Kollege da aufgehoben hat. Ah, das ist er auch nicht. Gucken wir gerade noch, wo hier noch eine Kiste ist. Dann habe ich hier hinten noch was gesehen. Warte mal. Ich sage ja, ich finde das Spiel selber, also nicht das Spiel, die Season noch selber komplett neu am Entdecken. Warte mal da hinten. Ja, das Problem ist ein Gruppenkeile. Ach, das ist der Automat. Und wie ihr seht, Aufgabe geschafft. Nämlich die Kollegen von mir sind hingegangen und haben die Waffen aufgehoben. Ohne, dass ich selber irgendwas machen musste. Ist natürlich auch simpel. Also geht in die Gruppenkeile rein und dann seht ihr, die Aufgabe erledigt sich von alleine. Weil ich habe wirklich, ihr seht es in meinem Inventar, keine Waffe aufgehoben. Und trotzdem, hier ist es. Die Aufgabe ist erledigt. Ich hoffe, ich konnte euch so weiterhelfen. Ich würde mich natürlich freuen über euren Support. Gern Like da lassen. Wenn du komplett neu bist auf dem Kanal, gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Und haut herein. Vielen Dank.